Na, da lebt ja, na na, scha? Salute Rosa, ihr scheint euch gut zu erholen. Wie gefällt euch Venezia? Die Stadt hat Schaden, aber wie könnt ihr mit dem Gestank leben? Ekelhaft. Also, was führt euch zu mir? Ich habe gehofft ihr könntet mir bei etwas helfen. Und das wäre? Ich möchte so klettern wie an die Anwälte. War Bene, das kann ich tun. Mum, ich nicht, aber Franco kann. Ey, dieser Schammer, das war Wahnsinn. Ich bin schon wieder der nächste Puder an der Hund. So, jetzt sehen wir, wie man die Spitze des Gerüsts erreicht. Beginnt in einer hängenden Position. Dann springt zur Kante über euch. Erreicht ihr sie, greift mit der Hand danach und zieht euch hoch. So, gesehen wie es geht? Ich glaube ja. Das werden wir ja sehen. Versucht es selbst. Ah, das wird praktisch. Mhhh, das wird sehr, sehr praktisch. Sehr, 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 sehr praktisch, Digga. Mhhh. Achso, und dann drücken auf Kreis. Ach du Scheiße. Greift am höchsten Punkt nach der Kante. Ah, morgen ist wieder Zockertag. Sehr, sehr gut. Ihr trefft mich mit euren harten, harten Worten. Na gut, Angeber. Stehen wir ja können auf die Probe. Ich bin ganz ohr. Trefft mich vor der Frarikirche. Ja, was sagst du denn morgen? So, nächster Kandidat wird erledigt. Ja, bricht dir halt nur nicht das Knack, gell, Burli. Bricht dir ja auch nicht das Knack. Oh. Oh. Die Qual der Wahl. Am besten beides gleichzeitig. Emilio hat einige meiner Männer gegen mich aufgewiegelt. Bestechung und Erpressung, ja? Ja. Wir können nicht zuschlagen, bevor die Verräter erledigt sind. Sie sind noch in diesem Bezirk. Sie beobachten uns und erstatten Emilio Bericht. Das werden sie nicht mehr lange tun. Oh, na dann. Let's go. Da werden wir immer wieder den ein oder anderen Haaren dran. So schaut's aus. Easy peasy, oder? Favoritner Nierenstich. So schaut's aus. Zeig mir einfach nur die Ziele. Ihr habt ja alle Nieder. So schaut's aus. Ja, ich krieg dann Sonntag. Nein, morgen? Morgen. Ja, oh ja, morgen. Es ist ja auch schon wieder Sonntag. Aber ich glaube, ich krieg morgen Hades. Dann werde ich das allererste Mal Hades zocken. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob mir Hades gefällt oder nicht. Ein bisschen bin ich auch gehypt. Weil ich hab da nur Gutes gehört. Es schaut auch sehr, sehr interessant aus. Also mich würd das schon mal dann definitiv sehr, sehr reizen, das Game. So, da. Ah, da haben wir unser Ziel. Na, schau. Ich steppe, ich sehe schon wieder 100.000 Gegner. Wie war's das jetzt schon? Da, da, zackl, tschüss. Haha, und weg. Weg ist der Haverer. Da, komm, next. Ist, glaub ich, der nächste abgestochen. Der nächste Wüte, so schaut's aus. Ooooooooooooooooooooooooooooh. Oh, okay, damit hab ich eh weniger gerechnet, Digger. Dass der mit dem Pfeil da herkommt. Wie steppert das Arschloch. Ui, 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 ui. Und tschüss. So, und du schleicht dich da mit dem Hurnspfeil. Weg. Weg mit dir. Weg. Geh den Arsch einfach. Geh den Arsch. Das muss jetzt aber eh keiner mitkriegen, gell, von den anderen. Hoppala. Ich bin weg. Ach, ich bin gespannt. Aber auch wieder so eine heftige Sucht. Das wird wieder eine heftige Sucht, oder? Wieder auch sehr, sehr heftiges Suchtpotenzial, das Game, oder? Billig mein. Da war, da war irgendwas, oder? Da war irgendwas, billig mein. Nein. Ihr glaubt, da ist die Sucht auch wieder richtig heftig am Start. Angst. Ui, definitiv. Au, 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 au. Nein, ich bin gespannt, Leute. Nein, ich bin gespannt. Ich habe es nur ein bisschen auf dem Handy gesuchtet. Weil es gibt es ja gratis, wenn du ein Netflix-Abo hast. Da bin ich relativ bisschen gesuchtet. Ganz, ganz wenig. Nur mal zum Austesten. Nur mal zum Probieren. Weil ich das und das und das halt gesehen habe. Das hat mir davon halt gereizt gehabt. Aber... Auf dem Handy ist halt einfach Handy, weißt? Da ist es... Da kommt es vielleicht nicht allzu leihwand rüber. Das ist ja das. Ich will jetzt nicht sagen, dass es scheiße jetzt war, oder irgendwas in der Richtung. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es hat mir schon gefallen. Definitiv. Nur irgendwie fand ich es komisch auf dem Handy. Ich glaube, das hat aber versehen das Mobile-Game irgendwie an sich irgendwie. Wenn du quasi so ein Spiel spielst und wie Brutato. Das ist einfach nur komisch. Dann brauchst du einfach einen Controller. Meiner Meinung nach. Ja. 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 Definitiv. Definitiv. Ich merke das. Ich merke das total. Weil das Game ist wirklich drauf ausgelegt. Du musst... Also musst... Hört sich zwar deppert an, aber du solltest halt wirklich drauf achten, dass du halt... einen Controller am Start hast. Einen Controller am Start hast. Das ist mir schon sehr aufgefallen. Das ist mir schon sehr, sehr stark aufgefallen. Weil das ist eher so... Nee. Wirklich mad das Game dann gewesen. War trotzdem ganz nett. Hat mir eh docker auf eine gewisse Art und Weise. Aber... Hm. Das ist jetzt mal eine gute Frage. Kann das sein, dass der oben ist? Was ist das? Kann es diesmal sein, dass man ein Ziel vielleicht oben irgendwo sein könnte? Ja passt. Wenn ich den habere jetzt noch viel, dann habe ich mich auf. Fix. Bin ich überhaupt nicht... Ich bin nur im Radius drin. Ja, da muss es oben sein. Ja, fix. Schauen wir mal herauf. Schauen wir mal herauf. Schauen wir mal herauf. Schauen wir mal herauf. Un-be-dingt. Bam. 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 In der Hoffnung, dass wir ihn überhaupt finden. Ja, da schau. Da haben wir unseren Hübschen. Renn hier mein Freund. Renn hier wieder. Und tschüss. Bam. Weg ist der Abschied. Ja. 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 So welche Momente sind einfach... Scheiße. So welche Momente sind einfach noch richtig, richtig scheiße. Alter. Du wirst einfach nur irgendwen abmurksen. Er fällt einfach runter. Alter. Du wirst einen Attentat machen. Er fällt einfach runter. Das geht gar nicht. Das geht bei mir überhaupt nicht. Nein. Bock nicht. Bock nicht. Fällt mir einfach runter, der Hund. Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Zache Partie. Definitiv Zache Partie. Er ist schon wieder weiter unten, gell. Diesmal ist es wieder weiter unten. Dann geht es wieder weiter runter. Das ist ja Wahnsinn. Die können sich auch nicht entscheiden. Ich gehe schon runter. Ich gehe schon runter, Leute. Da ist er. Wachmann. Da, da, da. Woher da vorne. Das ist ja lustig, Leute. Das ist ja wirklich lustig. 120.000 Wachmänner, Alter. Nur ein Leimand. Na gut. Dann tue ich mal kurz das Scanner machen. Ist sicher. Ouuu. Sehr gut. Gern hören. Kommt's gleich mit, Ladies. Kommt's gleich mit. Hol da. Ich habe gerade erst Geld ausgegeben. Halt die Pfeifen. Was? Au. Haha. Au. Damit habe jetzt überhaupt nicht gerechnet. Da ist es gleich aufgefallen, dass ich unterwegs war. Dass ich am Heim dran will. Ha. Wie nett. Der hat genau gewusst gehabt. Wart. 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 Wieso? Greifen die mich jetzt an? Was ist da los? Was ist da los? Warum wollen die mich jetzt unbedingt? Ah ja. Das hätte ich genau weggerissen. Das hätte ich jetzt echt sehr, sehr genau weggerissen. Aber solange sie mich nicht abschießen mit den Steinen. Wo war das so extrem? Ich glaube in Brotherhood war das so dermaßen extrem. Boah. Das war so dermaßen zack. Der hat mich die ganze Zeit immer ständig mit die Dinger abgeschossen. Das war schlimm. Das war richtig, richtig schlimm. Da ist der. Da ist der. Halte ihn auf. Hopala. Hopala. Hopala mein Freund. Und Tschüss. Hihihi. Na wo ist? Na wo ist? Na wo ist? Den Andeter hab ich gesehen gehabt. Puli. Den Andeter hab ich gesehen. Und... Das sieht nicht mehr, wenn du im Wasser landst. Wie kann das sein, dass du ihn nicht mehr siehst, Dagger? Das hast du dir die ganze Zeit von Anfang an machen können. Ich folge nur für den Freund. Irgendwie nicht, gell, ne. Irgendwie nicht, Budi. Das wäre zu schwierig gewesen, wahrscheinlich. Ah, jetzt kommen die Mädels wieder mit. Ah, war Wahnsinn. Okay, da haben wir dann wieder gleich das nächste Rufzeichen. Wie weit ist die eine Templer-Mission? Ah, die ist gleich ums Eck. Dann machen wir das mit dem Templer-Versteck. Dann machen wir als Assassinen-Abschluss heute, machen wir Templer-Versteck. Machen wir als ein guter Assassinen. Session machen wir einfach heute quasi noch Templer-Abschluss mit Synchronisation, Leute. Mit Synchronisation, Alter. Was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Das ist ein geiler Abschluss. Templer-Mission, Synchronisation. Ah, Wahnsinn, Alter. Ah, Wahnsinn, Alter. Ah, Wahnsinn. Ähm, hi. Da hat ich nichts mitgekriegt. Das stört ja nicht mehr. Hoffe ich mir jetzt nicht. Ist sogar irgendwo da sogar schon der Eingang. What the fuck? Ist auch irgendwo da in dem Bereich. Hm. Ja, da haben wir's. Hm. Hm, gefällt mir. Ja, ist glaube ich besser. Ich finde sonst keinen anderen Weg. Wenn ich schon sieh, wenn ich schon sieh, es wird rot. Oh, bitte komm. Bitte komm, Havara. Ja? Ja? Boah. Und du weißt, wie du sagst, der schießt dich dann die ganze Zeit ab. Du willst nur aufklettern, der schießt, schießt, schießt. Der Hund. Gott sei Dank nix. Gott sei Dank nix. Da soll scheißen gehen, der Wabler. So scheißen gehen. Na. Bocki nicht. Wenn die dann, weißt du, willst nur so ein bisschen herumklettern, alles drum und dran, die schießen, was... So. So.